In diesem Video zeige ich dir, wie man ganz einfach die Grundlast ermittelt und auf was du unbedingt achten solltest. Wenn du ein Balkonkraftwerk hast oder dir noch eins zulegen möchtest, dann solltest du deine Grundlast von deiner Wohnung oder Haus kennen, um das Bestmöglichste rausholen zu können. Wenn du tagsüber nicht zu Hause bist, hast du eine täglich ungefähr gleichbleibende Grundlast, die durch Stand-by-Geräte, Kühlschrank, Gefrierschrank, Aquarium, Teichpumpe, Überwachungskamera, Entfeuchtungsgerät oder Sonstiges entsteht. Zusammenfassend bezeichnet die Grundlast eine Belastung eines Stromnetzes, die während eines Tages nicht unterschritten wird. Wenn dein Balkonkraftwerk zum Beispiel in einer Stunde 600 Watt ins Hausnetz einspeist, aber die Grundlast nur 200 Watt wären, dann würdest du 400 Watt in dieser Stunde an dein Netzbetreiber verlieren. Tagsüber verlierst du bei gutem Wetter einiges an Strom und abends, wenn du wieder zu Hause bist, kaufst du wieder teuren Strom vom Stromanbieter ein. Und um das zu umgehen, wäre für dich vielleicht ein Balkonkraftwerksspeicher gar nicht so verkehrt. Hierzu habe ich dir auch schon Videos erstellt, diese findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du dir einen Speicher oder ein Komplettset in naher Zukunft zulegen wollen, dann kann ich dir die Firma Juma auf jeden Fall empfehlen. Zudem hätte ich hier auch noch einen Gutscheincode für dich, um noch etwas zu sparen. Kommen wir aber mal zurück zur Grundlastberechnung. Bevor du aus dem Haus gehst, lässt du alle Geräte an bzw. auf Standby, also wie immer. Es sollte jetzt aber kein Gerät wie z.B. ein Geschirrspüler angeschalten werden, da dies ein Verbraucher ist, der nicht ständig läuft und somit nicht zur Grundlast gehört. Mach dir jetzt mit dem Handy ein Bild vom Zählerstand und notiere dir die Uhrzeit. Am besten immer auf volle, halbe oder viertel Stunden ablesen und notieren. Das macht das Ganze einfacher. Hast du bereits ein Balkonkraftwerk, dann stecke es für die Berechnungsgrundlage für diese Zeit aus, damit es nicht mehr einspeisen kann. Umso länger nur die Grundlast das Netz belastet, umso genauer wird der ermittelte Wert, den wir uns gleich ausrechnen können. Viele berechnen die Grundlast anhand der Drehscheibe, bei der man den ermittelten Zeitwert bei einer ganzen Umdrehung notiert und mit dieser Formel ausrechnet. Dies ist aber nur eine kurze Momentaufnahme von wenigen Minuten im einstelligen Bereich, daher nicht so genau. Z.B. beim Kühlschrank läuft der Kompressor nicht immer und würde bei dieser Formelberechnung eventuell gar nicht mit einberechnet werden. Ich habe z.B. im Keller ein Entfeuchtungsgerät, das alle 3-4 Stunden je nach Luftfeuchtigkeit einschaltet und dann natürlich wieder ausschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit wieder in Ordnung ist. So, um 22.15 Uhr war ich jetzt wieder zu Hause, also haben wir eine Zeitspanne von 9,75 Stunden und eine Differenz von 3,2 Kilowattstunden. Die 3,2 Kilowattstunden teilen wir jetzt durch die 9,75 Stunden und erhalten dann einen Wert von 328 Watt. Also haben wir jetzt eine Grundlast von 328 Watt. Ich habe mir letztens einen Balkonkraftwerkspeicher zugelegt und speise somit dann dauerhaft 328 Watt ins Hausnetz. Und der Rest geht dann automatisch in meinen Balkonkraftwerkspeicher, falls das Wetter mitspielt und die Solarmodule mehr erzeugen, als für die Grundlast benötigt wird. Ich habe mir jetzt ab sofort vorgenommen, zwei Grundlastwerte zu ermitteln im Jahr. Und zwar einmal in der Heizperiode und einmal außerhalb der Heizperiode. Aktuell habe ich eine Gaszentralheizung, die über die Heizperiode mehr Strom verbraucht als im Sommer. Daher passe ich bei Start der Heizsaison zukünftig auch hier nochmals die Grundlast bei meinem Balkonkraftwerkspeicher-Set an, um keinen Strom an den Netzbetreiber zu verschenken. So, dann sind wir aber auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Wenn dir mein Video helfen konnte oder in irgendeiner Weise gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonnier und teil meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss, bis bald, dein Tobias. Bis bald, dein Tobias. Bis bald, dein Tobias. Bis bald, dein Tobias. Vielen Dank.